Dank der Impfung können wir uns wieder freier bewegen, drinnen oder draussen. Wir können uns zum Sport treffen oder bei Wettkämpfen unseren Athletinnen und Athleten live vor Ort die Daumen drücken. Wir dürfen uns wieder auf eine unbeschwerte Skisaison freuen. Und das Vereinsleben kehrt zurück, wie auch das Beisammensein in unserer Gesellschaft. Ich habe mich impfen lassen und habe gute Erfahrungen gemacht. Helfen auch Sie mit, dass die Pandemie endlich ein Ende findet.